Die erste Veranstaltung seit längerer Zeit, bei der ich jetzt auch wieder gewesen bin, bin ein bisschen skeptisch hergekommen, sage ich auch offen, aber einen sehr guten Eindruck gewonnen. Ich habe das Gefühl, die VivoBag meint es ernst mit dem Innovationspreis, sind nette Menschen, man merkt, die Struktur ist auch vorhanden. Und wir wurden jetzt überzeugt, wir haben uns gerade kurz abgesprochen, am Wettbewerb teilzunehmen. Ich persönlich und auch unser Unternehmen denken Innovationen immer in zwei Richtungen. Also auf der einen Seite natürlich sozusagen nach außen Unterstützung unseres Geschäftsmodells, aber eben auch nicht einer Entwicklung nachlaufen zu müssen, sondern tatsächlich sozusagen sie vorauszudenken, sie anzutreiben und sie sozusagen von der Wiege an zu begleiten. Und der andere Aspekt ist die Innovationskraft, die solche Wettbewerbe und eben auch die Zusammenarbeit oder Beteiligung an jungen Unternehmen, an Startup-Unternehmen auch nach innen in den Konzernen ausüben. Wir wollen was entwickeln, was am Ende weiterhilft, Energie einzusparen, CO2 einzusparen. Die GEBO-Bug weiß genau, was gebraucht wird auf dem Markt, ist sehr nah dran. Und dementsprechend ist es, glaube ich, ein cooles Match dann zwischen einem Startup, was entwickelt wird für den Nutzer und dem Nutzer selber. Ich war sehr positiv überrascht, weil ich erst mal nicht wusste, was auf uns zukommt, was ich so vernommen habe aus dem Auditorium und jetzt gerade in den Diskussionen. Sehr gutes Format, ein super Format. Und ich glaube, das ist eine sehr hohe Erwartungshaltung, was mir jetzt gerade auch so in den Diskussionen, sag ich mal, mitgeteilt wurde. Und deshalb, ich bin absolut positiv überrascht.